Hallo zusammen, ich bin Nora Maria Pizzani und komme aus Baup. Ich zeige euch jetzt mein Haustier. Kommen mit! Das ist Zora. Sie ist 2-jährig. Sie wird nicht mehr grösser. Wir haben sie jetzt seit 1,5 Jahren. Sie ist eine Liebe und krabbelt und faucht eigentlich nicht so viel. Sie jagt gerne Mäuse und Vögel und zwischendurch hat sie schon mal eine Libellen gebracht. Das Fresse geben wir ihr nur trocken Futter. Am Morgen geben wir ihr so 1-2 Löffel und am Abend 1,5. Und dann frisst sie aus dem Rollen. Weil sie sonst etwas zu dick wird. Und dann kann sie das so anstupsen miteinander. Und dann rollt es und es kommt so Futterchen raus. Und man kann es dann auch noch so schiessen. Und dann säkeln sie immer nach hinten. Draussen spielt sie vor allem. Andere Katzen verjagt sie Änder. Und sie schaut auch gerne raus und klettert auch viel auf Bäume. Und das macht ihr auch Spass. Einmal war ein Vogel ziemlich tief unten. Etwas so hoch. Und dann kam sie hoch und sie machte gerade in der Luft eine Pürzel. Und das sah sehr lustig aus. Das ist Zora. Ich bin Nora Maria. Habt ihr auch ein Haustier? Dann zeigen sie uns. Ehtl 的 Tamm有一宗 Robert B. Und dann kann sie auf auf dem Wheels. Ich bin fast, bis auf dem Teams. Und dann bin ich auf dem Series. Und dann bin ichknut aus der Luft aus. Und dann bin ich aus dem meanen. Und dann päin mi. Und dann bin ich ja. Und dann bin ich da. Und dann bin ich jetzt. Und dann bin ich da, Und dann bin ich da.